Campingstühle sind tragbare Stühle, die speziell für den Einsatz beim Camping, Picknicken oder anderen Outdoor-Aktivitäten konzipiert sind. Sie sind wichtig, da sie eine bequeme Sitzgelegenheit bieten, die leicht transportiert und aufgebaut werden kann. Campingstühle ermöglichen es Outdoor-Enthusiasten, sich in der Natur zu entspannen, ohne auf Komfort verzichten zu müssen. Durch ihre leichte Bauweise und einfache Handhabung sind sie praktische Begleiter für Campingausflüge, Festivals oder einfach nur für gemütliche Stunden im Freien. Darüber hinaus tragen Campingstühle dazu bei, eine angenehme und gesellige Atmosphäre zu schaffen, indem sie es ermöglichen, gemeinsam Zeit im Freien zu verbringen, ohne auf eine bequeme Sitzmöglichkeit verzichten zu müssen. Im heutigen Video zeigen wir Ihnen die 5 besten Campingstühle. Lassen Sie uns beginnen! Los geht's mit unserer Liste auf Platz 5, Mountrex Campingstuhl Klappbar Bequemer Campingstuhl mit verstellbarer Armlehne Die Armlehnen sind anpassbar, um sich individuellen Bedürfnissen anzupassen. Erlebe ein großartiges Campingerlebnis mit dem Mountrex Campingstuhl. Dieser Klappstuhl ist auch ideal für Angeln und verfügt über einen praktischen Flaschen, Getränkehalter sowie eine separate Tasche für Handy, Snacks, Schlüssel und mehr. So hast du alles Wichtige bequem in Reichweite. Mit unserem Campingstuhl bist du bestens ausgerüstet für deine Abenteuer. Kein Montieren und keine Anleitung erforderlich. Unser klappbarer Campingstuhl lässt sich innerhalb von 5 Sekunden aufstellen und ebenso schnell wieder zusammenklappen, einfach aus der Tragetasche ziehen und los geht's. So sparst du wertvolle Zeit und kannst dich voll und ganz auf dein Campingabenteuer konzentrieren. Unser faltbarer Campingstuhl mit einer Tragkraft von 120 kg besteht aus einem robusten Stahlrahmen und widerstandsfähigem 600 D-Oxford-Gewebe. Dadurch ist er äußerst stabil und kann mit bis zu 120 kg belastet werden. Der ideale Begleiter für alle, die auf der Suche nach einem zuverlässigen, langlebigen und bequemen Campingstuhl sind. Hier ist der Punkt Nummer 4, BigDIN 2X Faltstuhl. Der klappbare Stuhl ist ein perfekter Begleiter für zahlreiche Outdoor-Aktivitäten wie Camping, Angeln, Festivals, Picknicks, Gartenarbeit, Strandtage oder Grillabende. Ein echter Allrounder und ein Muss für Hobbys und Freizeitaktivitäten. Dank des stabilen Getränkehalters sind Ihre Getränke immer griffbereit und ein Verschütten wird vermieden. Der Getränkehalter kann auch als sicherer Ort für Ihr Handy dienen. Die verbreiterten Standflüsse gewährleisten einen festen Halt und verhindern ein schnelles Umkippen. Mit einer Sitzhöhe von ca. 40 cm und einer Rückenlehnenhöhe von ca. 37 cm ist der Klappstuhl kompakt und bequem. Der hochwertige Bezug besteht aus strapazierfähigem Oxford-Gewebe mit einer wasserabweisenden Beschichtung. Das klappbare Metallgestänge sorgt für eine stabile Konstruktion. Der Aufbau ist aufgrund des stabilen Klappgestänges schnell und einfach. Mit einem Gewicht von etwa 2,5 kg ist der Campingstuhl leicht und lässt sich problemlos verstauen, wodurch er nahezu überall Platz findet. Die praktische Tragetasche erleichtert das Mitnehmen und Tragen. Der Punkt Nummer 3, IWA Advanced Campingstuhl. Der Campingstuhl verfügt über vier einstellbare Positionen und dank seines verbesserten Faltdesigns ist seine zusammengeklappte Größe kleiner als die anderer vergleichbarer Stühle. Dadurch ist er leicht zu tragen. Mit einem Gewicht von 6,1 kg kann der Klappstuhl jedoch beeindruckende 150 kg tragen. Der pulverbeschichtete Stahl- und Aluminiumrahmen gewährleistet Stabilität, während die 66 cm hohe Rückenlehne für bequeme Kopfunterstützung sorgt. Die flauschige Polyesterfüllung macht diesen Sessel zu einem äußerst gemütlichen Entspannungsort. Geeignet für alle Jahreszeiten eignet er sich perfekt für Picknicks, Mahlzeiten im Garten, Rasenpartys auf der Terrasse, Camping oder Reisen mit dem Wohnmobil. Dieser Stuhl mit hoher Rückenlehne ist sogar im Büro oder zu Hause bequem nutzbar. Nummer 2 in unserer Liste – Sportnäher Campingstuhl Faltbar Verabschieden Sie sich von einem instabilen Campingklappstuhl Für ultimative Stabilität haben wir unseren Campingstuhl mit einer quadratischen Struktur und vier Stützpunkten entworfen. Obwohl unser Stuhl aufgrund seines einzigartigen Designs möglicherweise etwas anspruchsvoller im Zusammenbau ist als andere Modelle auf dem Markt, sind wir der Meinung, dass die Vorteile die Mühe wert sind. Wenn Sie zelten, wandern oder an den Strand gehen, sollten Sie es möglichst bequem haben. Der tragbare Outdoor-Campingstuhl von Sportnäher wiegt nur 0,9 kg und kann in die Maße von ca. 35 cm x 12 cm x 11 cm gefaltet werden, sodass er leicht mitgenommen werden kann. Starten Sie in ein Outdoor-Abenteuer mit dem ultraleichten, in der Tragetasche aufbewahrten Campingstuhl. Geben Sie sich nicht mit einem billigen leichten Klappstuhl zufrieden, der nicht zuverlässig genug ist. Der tragbare Campingklappstuhl von Sportnäher ist aus einer hochbelastbaren 7075 Aluminiumlegierung und 900 D Oxford-Gewebe gefertigt. Dank der beiden Seitentaschen dieses Stuhls sind Ihre kleinen Accessoires gut geordnet. Entspannen Sie sich und genießen Sie die Natur, ohne sich Gedanken über Instabilität machen zu müssen, dank der zuverlässigen Stabilität unseres Stuhls. Die Nummer 1 in unserer Liste, IWA Advanced Luxus Campingstuhl. Hochwertige Stahlrohre, strapazierfähige 600D, Polyesterpolster, stabile Fußpflege und ein wissenschaftliches Strukturdesign machen den Klappstuhl robust und belastbar bis zu 160 kg. Mit dem verdickten Polster und der erhöhten Rückenlehne fühlen Sie sich auch nach mehreren Stunden des Sitzens sehr bequem. Die verdickten Armlehnen sind verstellbar, um sich Ihren Armen anzupassen. Dank des faltbaren Großdesigns kann dieser gepolsterte Klappstuhl nicht nur den Bedürfnissen verschiedener Menschen gerecht werden, sondern ist auch leicht zu tragen. Der dick gefütterte Getränkehalter ermöglicht es Ihnen, Ihre kalte Cola oder Ihren heißen Kaffee ohne Sorgen zu genießen. Die Seitentasche bietet Platz für Handy, Bücher oder Snacks, sodass Sie Ihre Hände frei haben, um sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Sie können diesen Campingstuhl das ganze Jahr über im Freien oder in Ihrem Garten verwenden. Dieser Klappstuhl eignet sich für Camping, Gartenarbeit, Angeln, Strandurlaub, Balkon und so weiter. Ein tolles Geschenk für Ihre Eltern, Freunde und natürlich auch für Sie. Ich hoffe, Sie fanden dieses Video hilfreich, um das besten Campingstühle unter vielen Artikeln herauszufinden. Wenn Sie das hilfreich fanden, geben Sie bitte einen Daumen hoch. Kommentieren Sie Ihre wertvolle Meinung und teilen Sie uns mit, welches für Sie perfekt ist. Abonnieren Sie unseren Kanal, um die neuesten Updates zu verschiedenen Produktbewertungen zu erhalten.